hallo mein name ist bau und heute habe ich mir gedacht er macht immer ein schlacken an man zitiert bei den türen da geht es doch auch schon los ich teste mich heute mal aus wie gut bin ich in schlacken ich hoffe es wird euch gefallen und dann sagen wir gehen jetzt rein und ja so also wir spielen schon mal also wir müssen jetzt erstmal hier durch kommen hier kommen wir schon mal durch das ist ja schon mal gut ja mein skin ist jetzt auch nicht mehr verpackt der sieht jetzt auch wieder ganz normal aus das ist ein anderer skin den habe ich jetzt halt auf java aber ja soll ich hier durch und hier durch und meistens braucht man braucht weiß ich auch nicht so geschafft gut wie machen wir das jetzt wie viele sprung ist es von sprung das ist ein 1 2 3 4 und ein bisschen niedriger gesetzt das ist schon mal super okay geschafft bürger nicht die teppiche was okay das war glaubt man einfach und hier ist anscheinend Redstone so wie es aussah ich guck mal also das eröffnet sich können wir es vielleicht so machen dass wir kurz hier drauf gehen und schreien wieder zu also ja es eröffnet sich auch noch hinten ist ja schau okay nochmal probieren ähm vielleicht so okay das hat mir geschafft kein checkpoint okay ich glaube ich sollte nach dahinten oder oder was ist hier unten ein ein Prozent hier haben wir jetzt da kommt das nochmal hier weil ich es hier ist jetzt auch sprechen da so ja da keine gute Idee nein scheiße Ok, wir beschweigen es am besten mal. Vielleicht kennt ihr den Befehl noch nicht, aber der geht nicht genau so. Sondern der geht Slash. Gut, sagt man dich dann auch schneller beseitigt. Ich verstehe nicht, ob man das zweimal anzeigt. Aber, ok. Äh. Ja, ich glaube, da ist es doof, da reinzulaufen. Das kommt mir doch nochmal hier. Oh, da gibt's auch. Entschuldigung. Jetzt komme ich halt nicht mehr zurück. Egal. Ähm. Geht's weiter. So. Was sehe ich denn hier? Blubobblasen. Und... Blubobblasen, ok. So, schreibt mir in die Kommentare, wenn die hier irgendwie gerade gefallen haben. Äh. Und wenn ihr die auch mal nach... Also, ich weiß auf jeden Fall, dass man jetzt da langen muss. Kann man mir vielleicht ein bisschen schwimmen? Ach, Mist. Hä? Wie macht man das? Hä? Vielleicht wenn ich, ähm, nach unten schwimme dabei? Was, hä? Ist ja ganz schwierig. Hä? Wie soll das gehen? Oha, cool. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Was? Erstmal gesporn wollen wir hier, Mann. Wie war... Also, die Falle war jetzt echt zum Grenzen. Also... Okay, was ist das jetzt hier? Da ist Feuer. Schlecht. Ein bisschen drüber. Mein war das auch geschafft. Ja, okay, das ist schwierig. Ja, okay. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Alter, wenn ihr denkt, schreibt in die Kommentare, ob ihr das schafft. Äh, okay, das schafft. Ein bisschen bargehe. Aber egal, ich hab's geschafft. Äh, weiter geht's. Und hier sind ja Löcher, das hat mir vielleicht nicht einfallen. Und hier geht's dann in Lava. So. Ich guck mal erst bei den Löchern. Ja, okay, da ist irgendwas. Deke soll ich da hin? Ja, komm, ich geh da hin. Okay, ich bin da. Äh, boah, keine Ahnung, wie man nachher zu tun. Ja, das... Ja, richtig war's. Okay, das war richtig. Äh, mit das Bombeband gesetzt. So. Und das Boot steht hier. Also ich nehme mir am besten kein Boot. Ich glaub, das sieht auch nochmal schwierig aus. Also. Hm, ja, okay. Ja, okay, das war... Nix, ja. Äh, nochmal... Versuch. Okay, chillig. Okay, chillig. Mein Challenge ist ja, diesen Parkour hier zu schaffen. Und das... sollte ich ja auch schaffen. Also. Ach, ich bin einer. Oh, nein! Wie lange habe ich jetzt geschafft. Äh, ja. Geht's hier. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. So, vor jedem nochmal ein Boot. Also, das ist ja irgendwie nicht... dass jetzt vor meinem Boot gehen soll, oder so. Äh... Ja, okay, hier ist Lava. Ich glaub, das ist schon mal der falsche Weg. Aber da hinten geht ja anscheinend weiter. Komm, ich steck hier nochmal ein. Ich hab jetzt nicht mehr an. Ich hab jetzt hier... Das kann man schnell an. Ich hab jetzt hier nicht mehr an. Ich hab jetzt hier nie mehr an. Ich hab jetzt nehm, das ist schon mal wieder... Ja, ich hab jetzt nicht mehr an. Ah ja... Das sieht cool aus. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja... Das dann... Ähm... So... Das haben wir geschafft. ich hab's geschafft vorher hätte ich mir nicht zugemutet okay wenn ihr noch eine zweite Folge von so einem Parcours haben wollt oder noch Karriere Parcours oder so schreibt mir in die Kommentare ja und gibt diesem Video ein Like und so würde mich sehr sehr freuen ähm ja ich sag so oft ja keine Ahnung warum ich das so oft sage egal ähm lasst ein Abo und ein Like da in den letzten paar Tagen hab ich ja schon hochgeladen da ging ja die Likes ganz schön stark hoch und auch die Slides ne äh auf jeden Fall mich freuen wenn ihr diesem Video ein Like gibt das seh ich dann ja auch und ähm mich abonniert ich bin ja bei 117 Abonnenten ja gerade ähm würde wenn's geht's heute noch äh also dieses Jahr noch die 200 Abonnenten knacken das fände ich cool und ja dann würde ich sagen ciao bis zum nächsten Mal ciao Musik 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 Musik